So, heute hat der David Geburtstag. Der David wird heute vier Jahre alt und der David ist da. Guck mal, irgendwo auf der Hüpfung ist der David. Da hinten, das ist der David. Der junge Mann in dem grünen, grünen T-Shirt. Der hier wie ein großer Hüpfung. Das ist David. Und das sind seine Freunde. Und das ist eine ganz kleine Träne, aber die Träne gehen gleich wieder weg. So, wie kommt man? David, wir sind zu dir. Jetzt sind sie da. Einmal mitmachen. Hippi-Pura! Hippi-Pura! Antoni hat es alle umgeschmissen. Nochmal! 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 Jawohl! Wunderbar! Super! Davids Geburtstag und die komplette Wande. Und alle in Haarlem! Jawohl! Wunderbar! Was ist das? Ami? Soll ich holen? Mich kennst du mehr. Ami? 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 Was? Los, auf geht's! Auf geht's! Wir gehen dabei! Wir gehen dabei! Wir gehen dabei! Los, los, los! Das sind die großen Mädels, die beim David zu Besuch sind zu seinem vierten Geburtstag. Wir gehen dabei!